Ich bin bis zum letzten Punkt vorgedrungen und ich sterbe. Oh, da ist der Wollen drauf. Wie viel hast du noch über? Drei für ein Schwert. Also hast du dir nur so viel geholt, wie du brauchst? Ja, gerade schon. Gut, ich kann dir aber gleich quasi helfen, weiteres zu organisieren. Wir sind ganz gut, Diamanten. Ich habe gerade einen Patch gefunden. Okay. Oh, ich könnte mir einfach erstmal noch eine Spitzachs nehmen, da raus. Würde wahrscheinlich auch nochmal mein Leben erleichtern. Da war gerade Lava, die fast runtergegangen ist. Mich hat Gravel gerade mal gerettet. Ich... Ich glaube, ich bin jetzt 32, das muss dir eigentlich reichen, ne? Ja, durchaus mehr als ich. Höschen, Schülchen, Mützchen und ein Jäckchen. Und ein Schwert gleich. Und eine Pickaxe. Jawohl. Habe ich noch drei über. Äh, ich habe gerade nochmal unseren Diamantblock angefertigt. Okay. Und dann schon, dann schon. Und habe jetzt auch ein Diamantschwert. Ausgezeichnet. Ich würde sagen, geh mal weiter, hm? Jupp. Ich mache mir gerade nochmal ein paar neue Fackeln. Alter, meine Hand ist schon ganz schwitzig. Oh ja, ich spiele noch schon ein bisschen, glaube ich. War es in die Richtung hier, in die ich gehe, ja, ne? Was? Ja, da müssen wir weiter lang. Okay. Da oben ist ein... Le Somme. Ach, ich bin hier schon mal link. Uuaah! Was denn die Lava? Ja, da muss man echt aufpassen mittlerweile, glaube ich. Es geht dem Ende zu hier. Oh, oh. Ich nehme lieber den Weg außen rum. Oh, ist das ein Spawner. Oh, ein Spinnenspawner weggemacht. Slimes. Uuaah, Blaze. Wo kommen die denn her? Hier sind Spawner überall. Na toll, da hat es mich noch in Brand gesteckt. Weißt du, wo der Blaze-Spawner ist? Nee, sehe ich gerade nicht. Oh! Kaum... ...hab ich mich hochgepillert. ...wurde ich abgeschlossen. Behauptungsweise springen die auch einfach aus der Decke raus. Wo? Alter! Fuck! Fuck, 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 fuck. Alter. Ich habe auch kaum noch Leben. Es ist gerade übelst viel Gravel von oben nach unten gefallen. Und ich bin tot. Soll ich dein Zeug aufsammeln oder holst du es selber? Ich bin sofort wieder da. Okay, ich muss hier aber wegrennen. Da sind immer noch welche auf meinen Fersen. Gibt's ja nicht. Anscheinend haben wir auch nicht wirklich alles gut ausgeleuchtet, merke ich gerade. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Warum? Nein, 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 nein. Ich will nicht... Nein! Nein! Ich will nicht sterben. Verpisst euch. So viele Skelette, das gibt's nicht. Nein. Nein! Alter, es sind nur noch Skelette da. Ja, dann ist wahrscheinlich gerade wieder Tag draußen. Du bringst auch ständig neue Monster mit. Äh... Da! Also mein Vorschlag wäre jetzt irgendwie... Ich sammle mein Zeug noch auf... Dann sollten wir vielleicht doch noch aufhören. Kurz vorm Ende. Alter, fuck! Fuck, Sprinter, ey. Sonst rast ich aus. Meinst du, dass wir kurz vorm Ende sind? Da hinten war eine Wand, da war es auf jeden Fall zu Ende. Okay. Dann, äh... Sollten wir noch das Ende machen. Ja, ich kann mich nur nicht regenerieren, weil immer Skeletons da sind. Das gibt's nicht. Drecksviecher. Boah, hier sind überall auch noch Creeper. Ich räume hier gerade mal ein bisschen auf. Ich räume hier gerade mal ein Zeug wieder um. Hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Boah, wie viele Monster. Kacke. Kacke. Kacke, der letzte explodiert. Nerv mich nicht, Skelett, ey. Ich muss mir gerade mal ein paar Building Blocks abbauen, merke ich gerade. Ich habe hier eine Grube gebaut, mit Creepern. Eine Creeper-Grube. So, hier vorne ist jetzt mal halbwegs wieder Ruhe in der... in dem Pot. Ja. Mhm. Hast du jetzt... Ah, du hast den Zeug. Ich bin wieder vorne, also... Ah, dammit. Hab' auch noch nie gesehen. Ich glaub' ein Skelett... Ah, ne, doch. Kein Slime. Ich dachte, ein Skelett kämpft mit einem Slime. Ich hab' Slime-Balls. Ja? Ja, ein paar. Ich werd' von denen nur hin und her geschubst. Ich glaub' wir können's wieder wagen. Ich weiß, wo der Spawner ist in der Decke. Aber ich kann mich nicht hochpillern, weil ich vorher abgeschossen werde. Schneller pillern. Hm. Probieren? Jo. Ja. Du kommst? Ich komm. Von meinem Land runter und... Du wirst nicht mehr wissen. Wie ein Boss. Nein! Lava! Nein! Ah, fuck! Ich auch. Du musst mir nicht alles nachmachen. Ah, but I like to do so. Hm. Höre ich auch nochmal auf zu brennen? Danke! Ich grab' mich jetzt sicher nach oben. Zumindest probier' ich das. Oh, toll. Ich hab' mich einfach mal wieder angesteckt. Und bin tot. Da... Gage! Oh, hier sind zwei Spawner in der Decke. Ja, da bin ich ungefähr gestorben. Ja, da bin ich ungefähr gestorben. Der Blaze Spawner ist weg. Hm. Hm. Oh, da sind mehrere in der Decke. Mehrere Blaze Spawner? Ne, mehrere Spawner prinzipiell. Wobei... Jetzt ist nur noch einer da. Da muss ich nur hinkommen. Wenn ich das denn schaff'. Ah, das ist der Skelettspawner. Und da hinten ist auch noch einer. Blaze, soweit ich sehe. Kannst du unten aufräumen? Ach nee, du hast gar keine Equip, ne? Ich muss grad erst mal mein Zeug holen. Ich weiß ja zum Glück, wo es liegt, aber... Trotzdem. Hm. Pff. Oh. Ah, ah. Ah. Mist. I'm a helmet. I'm a chest plate. Wo sind meine Fackeln? Du weißt jetzt. boah. Oh. Hüpf. 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 Iklap mich jetzt in die Decke rein. Ist mir zu blöd. Hüpf... Das brauche ich noch. Hüpf. Hier drüben hast du die Spawner rausgemacht? Nee. Zwei habe ich schon weg. Ich bin jetzt auf dem Weg zum dritten. Muss nur finden. Ich habe hier hinten auch den Wollenraum in Sicht. So weit kommen wir noch. Kannst du mich guiden? Siehst du das Loch in der Decke, wo ich bin? Nee. So einen habe ich hier drüben auch schon weggemacht. Ich weiß ja nicht, wo du bist gerade. Da, wo das Lapis von der Decke fällt. Als ob ich da wüsste, wo das ist. Ich weiß nicht, wo ich bin. Du bist auch schon viel weiter vorne. Bin ich? Mhm. Dann bin ich das wohl. Ich sehe deinen Decke gar nicht mal mehr. Ich sehe aber... Du bist jetzt quasi fast unter mir. Jetzt bist du unter mir. In welche Richtung muss ich zu dem Spawner? Wo bist du? Ich sehe deinen Decke immer noch nicht. Hier fallen Steine vom Himmel. Ah, da. Du musst noch weiter nach vorne. Ein Tick. So schräg nach vorne, wie ich gerade mache? Ja, vorne und links musstest du aus der Position, wo du warst. Alter, ich sehe den immer noch nicht. Bin ich noch in der richtigen Richtung? Leute, ich bin gerade nicht mehr da, wo du bist. Musst jetzt noch weiter. Halt, stopp. Musst jetzt noch... Bist ungefähr auf der richtigen Höhe. Und jetzt musst du nach vorne gehen quasi. Warte, die Richtung. Wo? Ja, in die Richtung. Ich brauche nur erstmal Blöcke zum Platzieren. Ich nehme Eisen. Das ist aber der Spawner, der viel weiter vorne ist, oder? Ist das die richtige Richtung hier? Ja, halt. Jetzt musst du ihn wieder nach links rüber. Ich sehe ihn. Weg ist er. Gut. Da ist weiter vorne noch ein Blaze-Spawner, ne? Ist. Ja, habe ich eben gesehen. Ja, da sind sogar noch zwei Spawner. Ich laufe einfach mal in Richtung deines Tags. Ist unten relativ ruhig, oder wie? Mittlerweile schon, ja. Ah, jetzt ein Playstar. Ich höre es auch. Siehst du, wo ich gerade gegraben habe? Ich habe den Blaze gerade ausgestellt und den Blaze-Spawner. Insofern... Den an der Decke? Ja. Wie hast du das gemacht? Hochgepillert. Sind jetzt noch irgendwo welche? Ja, einer ist da oben noch irgendwo. In welche Richtung, weißt du es? Ja, grob. Lass mich hier erstmal um die... Ah, scheiß Viecher kümmern. Da pillere ich mich aufwegs hoch und mache den weg. Ja, dann komme ich runter. Das ist kein Problem. Ich wurde halt eben nur ständig von Skeletten abgeschossen währenddessen. Ja, klar. Aber jetzt, da der Spawner weg ist, geht das auch. Ja. Letzte war übrigens ein Zombie-Spawner. Ah, okay. Okay. So, ich bin auch wieder unten. Wunderbar. Hintens Leim begrüßt mich. Sieht aus wie ein riesiger Brennendes Leim. Darf ich richtig? Ich hab gerade auch nur Orientierungssinn mehr. Ach, da bist du. Ja, das ist richtig. Da ist noch ein Spawner. Fuck ja. Ich hab ihn auch gerade gefunden. Babyspinne. Ich meine hier oben noch. Skelett ist weg. Und große Slimes. Puh. Ich komme hier gar nicht mehr rum. Voll lauter Slimes. Hui, Slime-Party. Kommt zu mir, ihr macht Spaß. Ich mach was Sinnvolles und mach hier Spawner weg. La, la, la. Wir sollten uns dann auf jeden Fall noch... Oh, da ist auch noch einer. Skelett. Ich hab hier doch auch noch gerade einen gesehen. Oh, Spinne. Auch weg. Auch. Gerade noch eine gespawnt. Kurz bevor ich ihn weggemacht hab. Hinten ist... Ach, den, da willst du hin, ne? Gut. Das sollten aber, glaube ich, auch alle gewesen sein. Yay! Oh, ich hab noch zwei Herzen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Noch ein bisschen mehr Diamant abbauen. Kann ja... Jetzt sind wir gerade hier im Brom und ich... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Fuck, fuck, fuck. Cheaty Gravel. Ich brenne zu Tode. Okay. Na ja, ist denn nicht so schlimm gerade. Außer hier vorne sind wieder Monster. Ja, sind ein paar, aber nicht viel. Nachts ist... Ist aber wieder Nacht draußen. Ja? Mhm. Okay, ist deshalb hier auch wieder menschenfreundlicher. Ich bin gerade ganz mutig über Lava gesprungen. Cheaty Gravel. Oh, verdammte Scheiße. Wo war denn da ein Kripa hergekommen? Ich weiß es nicht. Da hinten ist noch einer. Wo ist mein Zeug? Da. Der Wollenraum ist einfach auch voller Lava. Mhm. Na, na, na. Hm, 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 hm. Ja, Diamant-Tools sind prinzipiell schon eine schöne Sache. Ja, auf jeden Fall. Jetzt wird das Leben auch einfacher, hoffe ich. Mach mal hier den Boden begehbar im Wollenraum. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. And a blub. Safety first. Ich hab nicht genügend Blöcke. Ey. Schwarz wurde. Schwarz? Cool. Ich brauch noch Blöcke. Safety first. Ja, ich würd sagen, dann laufen wir nochmal fix zurück. Mhm. Zum Ausgangspunkt. Ja. Und... Das ist ne Melone reingelegt. Ja. Durchaus. Wenn man ein bisschen Diamant sammeln auf dem Weg, kann ich nicht genug haben. Ich hab 50 Diamanten gerade. Ja, kann nie genug haben. Ich würd sagen, das reicht und wir gucken mal, als wir uns ne Enchantment-Table bauen und dann Sachen enchanten. Ja, wir haben ja auch noch überall Bottle-O-Enchanting rumfliegen. Äh, darum. Ja, die Diamanten sollten erstmal reichen. Wenn nicht, wissen wir ja, wo wir hin müssen. Eben. Hui. Also raus. Wollen wir dann nochmal zum Victory Monument? Boah. Ja, das Zeug setzen auf jeden Fall, denke ich, oder? Ja. Ich brenne. Hab mal wieder nicht aufgepasst. Oh, da ist noch ne... Ich brenne wieder. Und ne Spinne will mich fressen. Wie viel Obsidian braucht man für ein Enchantment-Table 3, oder? Ähm. Ja, nun einfach ein bisschen mehr mit. Hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Wir können ja auch einen Lapis-Block platzieren, falls wir die blaue Wolle noch nicht haben. Du meinst, das ist, äh, ein erwünschter Ersatz, oder wie? Ja. Critten macht Spaß. Buu, 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 buu. Wir können ja nochmal ein Portal irgendwann in Neta setzen, oder so. Ich glaube nicht, dass das... Ja, wir können's probieren. Falls wir auf der Oberwelt nicht... Ich hab jetzt fünf. Ich baue noch einen ab und dann komm ich. Jupp. Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Die UBC. Ich nehm noch mehr Diamanten mit. Ja, ich bin bei dir. Das passt. Meiner. Okay, dann, äh, beenden wir jetzt kurz die Aufnahme und sehen uns quasi gleich wieder beim Victory Monument, würde ich sagen. Jo, bis gleich. Ich bin wieder da. Ich auch. Und wir haben uns eine Jukebox gebaut. Weil wir haben ja den Rekord. Hört sie euch an. Wir sind voll die Baller. Uuuu. Bum, 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 bum. Ja, wir setzen Wolle. Wir setzen Wolle mit Musik. Fangen wir links an? Ja, das hab ich wohl. Weiß. Weiß. Magenta haben wir nicht. Yellow haben wir nicht. Lime Wool haben wir nicht. Grey Wool haben wir nicht. Blue. Blue. It's a me. Blue. Red Wool. Ich bin auch nicht. Als nächstes. Ach du, verdammt. Black Wool, yeah. Gold Block. Yeah. Diamond Block, yeah. Okay. Du 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 du. Es bleiben uns noch vier Wollen. Grau, Lime, Yellow und Magenta. Dann haben wir es. Wuhu. 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 Filmig. Nochmal. Wuhu. Jetzt aus der Richtung nochmal. Eins, zwei, drei, go. Wuhu. Schon wieder gefailt. Warte, ich mache hier so eine coole Skatercam. Warte. Autsch. Warte. Lauf nur langsam. Ich kann nicht schnell laufen. Warte. Eins, zwei, drei. Dammit. Nochmal. Komm, komm, komm. Aus der Richtung. Moment. Eins. Drei. Eins, zwei, drei. Wuuu. Wuhu. Jo. Okay, genug Spaß für heute. Wir sehen uns dann. Bei nächstemal. Tschüss. Ciao.